Lost in the Supermarket Der Supermarkt war so groß wie die Produktionshalle im Nieten- und Bolzenwerk, in dem ich meine Lehre begonnen hatte, und so hell wie ein verglühender Sputnik. Ich staunte erstmal Bauklötzer über Buntheit und Angebot und tat so, als würde mir das alles nichts ausmachen. Ich sah aber nirgendwo einen Einkaufskorb. Dabei gab es die doch sogar im Konso. Vor dem Eingang in die wirkliche Warenwelt standen nur allerlei Rollwagen herum. Waren die reserviert oder konnte ich einfach einen mitnehmen? Ich war verunsichert. Zu einem Überfluss erblickte ich auch noch eine Art Drehkreuz, durch das ich offenbar durch musste. Kreuz drei Linden fiel mir gleich ein. Ein unüberwindliches Gemisch aus Stacheldraht, Beton und schießwütigen Grenzern. Aber das war jedoch West-Berlin. Brauchte ich hier auch einen Passierschein, um an die Fleischtöpfe zu kommen, oder was war Phase? Schließlich hatte ich D-Mark in der Tasche. Verschärft meldete sich der Durst auf mein erstes Dosenbier. Sehnsüchtig wartete ich auf eine Horde Sachsen, die sich erstmal zum Löffel machen würden. Die wollte ich genüsslich beobachten, damit ich danach wusste, wie ich unbeschadet in diesen Supermarkt gelangte. Doch hier mitten in Schöneberg war zwei Tage nach Maueröffnung weit und breit kein Ossi zu sehen. Ich streckte mich und sah ein paar wohlfrisierte Köpfe zwischen den Regalen. Ich befand mich offenbar im ganz ursprünglichen Westen, an dem jegliches Wendegeschrei völlig spurlos vorüber ging. Auf einen, wie ich zugeben musste, abgeblätterten Werbeplakat fragte ein junges Mädchen in einer Sprechblase. Kommst du mit zu meiner Salzlettenparty? Klar, aber wie? sagte ich. Ich wollte jetzt nicht länger im Eingangsbereich rumlungern, also schnappte ich mir kurzerhand einen Rollwagen und steuerte auf das Drehkreuz zu. Ich dachte, es würde sich schon irgendwie öffnen, wenn ich davor stand. Schließlich war ich doch jetzt frei. Aber den Gefallen tat mir das beschissene, verkromte Kreuz nicht. Ich guckte mich nochmal um, immer noch keiner zu sehen. Vielleicht ein Stück näher ranfahren? Mein ebenfalls verkromter Einkaufswagen berührte das Kreuz. Simsalabim. Sesam öffne dich. Fehlanzeige. Nichts geschah. Jetzt reichte es mir. Ich hämmerte den Wagen einmal gegen das Kreuz. Wieder geschah nichts. Ich wurde ungeduldig und bummerte mehrmals mit dem Gefährt dagegen. Metall kreischte auf Metall und zerstörte die majestätische Stille. Bumbambadudum. Master and Serent. Schoss es mir durch den Kopf. Die Halle schien zu beben. Aber immer noch registrierte mich kein Mensch. Dann reichte es mir endgültig. Ich sprang über das Kreuz in den Markt und versuchte den Wagen auch darüber zu hieven. Es gelang mir nicht, weil das Ding viel zu schwer war und sich dann irgendwie verkeilte. Ich begann zu schwitzen, zerrte und trat ohne Erfolg. Der Rollwagen hatte sich hoffnungslos im Drehkreuz verfangen und hing jetzt mit den Rädern halb nach oben so ungünstig, dass ich ihn nicht mehr von allein hinaus bekam. Guck mal, da ist auch einer von drüben, hörte ich plötzlich eine brüchige Stimme krakehlen. Neben der Eingangstür sah ich eine alte Frau, die mich mit Hut und Brosche ein wenig an Tante Clara erinnerte. Sie musste gerade den Markt betreten haben. Sie zeigte so lange mit dem Finger auf mich, bis hinter ihr ein paar Leute zusammenliefen. Die Oma schnappte sich ebenfalls einen Rollwagen und kam mit drohendem Blick auf mich zu. Hinter ihr das Gefolge aus drei oder vier Leuten, die mich teils misstrauisch, teils amüsiert beäugten. Mit anklagendem Blick direkt an meine Iris manövrierte die Oma das Gefährt neben das Drehkreuz und dann durch eine mit orangefarbenen Zapfen aus Plastik verhängte Durchfahrt, die ich nicht als solche erkannt hatte. Demonstrativ gab sie dem Wagen einen leichten Schubs. Butterweich und begleitet von kleinen, angenehmen Schleifgeräuschen der nach vorn geschobenen Zapfen rollte ihr Einkaufswagen wie von allein in das Innere des Marktes. Hinter dem Wagen schwangen die Zapfen fast schon majestätisch aus und kam wieder zum Stillstand, während ich mit dem Blick der Erkenntnis daneben stand. Und da läuft eigentlich nur der Mensch durch, sagte die Oma jetzt und deutete auf das Drehkreuz. Der Mensch. Offenbar hielt sie mich für keinen. Ich stand da wie bestellt und nicht abgeholt und senkte den Blick. Wir haben uns in 40 Jahren was geschaffen und ihr macht alles gleich wieder kaputt, drehte sie jetzt den Dolch in meinem Magen noch mal genüsslich herum. Zustimmendes Gemurmel der Umstehenden. Schlimme Erinnerungen an das VÖB Nieten- und Bolzenwerk wurden wach, wo ich vor versammelten Kollektiv zum Folterer eines Mitlehrlings gestempelt worden war und deswegen aus dem Betrieb flog. Ich hatte mir die erste Begegnung mit den Westberlinern etwas anders vorgestellt. Mein idealisiertes Bild bekam einen ersten Knacks. Ein Mitfünfziger im fliegenden weißen Kittel rauschte von hinten heran und gab dem Pragmatiker. Gemeinsam kippten wir den Einkaufswagen wieder zurück vor die Grenze und er sagte nicht unfreundlich zu mir, ich hab's damals auch nicht gleich kapiert. War das auch ein übergelaufener Ossi oder nur ein Westberliner, der Mitleid hatte? Ich lächelte erleichtert, während die Wartenden sich jetzt geschickt durch das Kreuz fädelten und mit spöttischen Bemerkungen wie, die haben wir jetzt alle auf dem Hals, im Inneren des Marktes verteilten. Meine Lust auf Shopping in Gesellschaft solcher Leute war dahin. Aber konnte ich ahnen, welche Herausforderungen im nächsten Supermarkt auf mich warteten? Vielleicht eine elektronische Fangschleuse? Zerknirscht nahm ich also meinen Wagen, steuerte ihn durch die Lamellen und passierte ebenfalls das Drehkreuz. Nicht Mauer und Stacheldraht wären jetzt für mich Zeichen der Teilung, sondern dieses polierte Ding mitten in Berlin-Schöneberg. Ich schlich mich an Konfektregalen voller Quality-Street-Blechdosen, an Viskas-Ständern und Ariel-Türmen vorbei. Da fiel es mir leicht, unauffällig zu bleiben. Vor dem Schnapsregal allerdings war ich erneut als Ossi zu erkennen. Das wurde mir bewusst, als ich den Mund wieder zuklappte. Genug gepflegter Alkoholiker, um bis zum jüngsten Tag auf Wolke 7 zu schweben. Ich entschied mich für eine Flasche Bolz-Banane mit 30 Umdrehungen. So ein richtiger Likörfern war ich eigentlich nicht, aber ich wollte schnell wieder raus. Das goldgelbe Gesöff leuchtete verlockend. Die Flasche kostete 12,99 Euro. Draußen schraubte ich die Pulle genüsslich auf. Der ölige, starke Inhalt ran meine Kehle herunter, begleitet von einem schnell einsetzenden Betäubungsgefühl. Ich taumelte die dunkle Maßenstraße entlang, als sie plötzlich durch eine Leuchtrakete erhellt wurde. Und im kurzen Schein des Feuerschweifes sah ich an einer Litfaßsäule ein Plakat mit der Aufschrift Tad und Nirvana im Ecstasy. Noch heute Abend, da musste ich hin.